Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörbuchrezension auf meinem Kanal Blind Tech by Checo. Mein Name ist Jessie und heute schauen wir uns die Stimme der Rache an. Das ist der zweite Teil der Grimmie-Thriller-Reihe aus der Feder von Ethan Gross. Gelesen von Thomas Balou Martin. Die Reihe um Francis Ackerman Jr., ein ehemaliger Serienkiller und seiner Partnerin Nadja Shirazi. Die beiden arbeiten zusammen bei der Verhaltensanalyse-Einheit des FBI und jagen zusammen Serienkiller. Auch heute werde ich wieder ein Exemplar verlosen. Was ihr dafür tun müsst, findet ihr in der Videobeschreibung. Und darum geht's. Die junge Frau November McAllister wird von der Polizei in einem weit abgelegenen Farmhaus versteckt. Einem Safe House in den Wäldern von Virginia. November war das letzte Opfer des berüchtigen Black Rose Killers, der seine Opfer entführt und quält. Und konnte jedoch entkommen. Francis Ackerman Jr. und Nadja Shirazi sind auf dem Weg zu diesem Safe House, um die junge Frau vor dem Black Rose Killer zu beschützen. Dort angekommen finden sie die Polizisten, die November beschützen sollten, tot auf. Und November wurde wieder entführt. Ja, sie sind zu spät. Der Black Rose Killer war schneller als sie und ist den beiden immer mindestens einen Schritt voraus. Meine Meinung, die charakterliche Entwicklung von Francis Ackerman Jr., dem ehemaligen Serienmörder, finde ich in diesem Teil der Reihe äußerst faszinierend. Ackerman ist zu Beginn ein berüchtigter Serienmörder, der sich ganz bewusst dazu entschieden hat, seinen tief verwurzelten Drang nicht mehr nachzugeben und somit darauf zu verzichten, Menschen zu töten. Ja, er ist für mich durch seine brutale und grausame Art, seinen sarkastischen Humor, eine der besten und interessantesten Protagonisten in der Kriminalliteratur. Ackerman besitzt ganz besondere Fähigkeiten. Er kann sich durch seinen Background sehr gut in die Psyche und Verhaltensweise von Serienmördern hineinversetzen. Dennoch ist er in diesem Fall auf Hilfe angewiesen. Er soll den gefürchteten Black Rose Killer schnappen. Allerdings ist ihm dieser ebenbürtig und Ackerman stößt hier an seine Grenzen. Erschwerend kommt hier noch dazu, dass dieser Fall seiner Partnerin Nadia Shirazi persönlich betrifft. Ja, der Schreibstil von Cross ist wie gewohnt flüssig und leicht. In Kombination mit dem Sprecher Thomas Balou Martin fällt es leicht, in das Buch reinzukommen. Ja, die Story ist im Großen und Ganzen rasant, spannend und abwechslungsreich. Teilweise verliert man sich aber in Nebensächlichkeiten und es passiert gefühlt seitenlang überhaupt nichts. Was teilweise dazu führt, dass der Spannungsbogen vom Beginn nicht gehalten werden kann. Zwar sind die Kampfszenen häufig ziemlich unrealistisch geschrieben, aber dafür umso brutaler und blutiger. Wer mit extremer Gewalt, blutigen und teilweise auch ziemlich ekligen Szenen ein Problem hat, sollte dieses Buch auf keinen Fall lesen oder sich anhören. Die einzelnen Charaktere sind sehr gut beschrieben und haben dadurch auch unheimlichen Tiefgang. Mein Fazit. Dieser Teil der Reihe konnte mich leider nicht ganz überzeugen. Der Spannungsbogen, der zu Beginn aufgebaut worden ist, konnte sich über die Buchlänge nicht halten. Aber das Buch ist auch nicht unbedingt schlecht deswegen. Ja, es ist ein gutes Buch, nur in der Reihe eins der schwächeren für mich. Was man auf jeden Fall beachten muss, man muss diese Art von Krimi-Thriller auf jeden Fall mögen, sonst ist man hier definitiv nicht gut aufgehoben. Ja, man darf auf gar keinen Fall zart beseitet sein, um in diese Krimi-Thriller-Welt eintauchen zu können und sich hier auch wohlzufühlen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar oder ein Like da und bis zum nächsten Mal.